Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Thea-Podcast. Die heutige Episode ist genau richtig für dich, wenn du schon länger mit dem Gedanken spielst, Gluten endlich aus deinem Leben zu verbannen, aber bisher nicht wusstest, wie du das anstellen sollst. Oder wenn du dich fragst, warum Glutenfreiheit eigentlich ein so wichtiger Gamechanger bei Hashimoto ist. In der heutigen Folge erfährst du es. Und wenn du auch schon lange versuchst, glutenfrei zu leben, dann habe ich eine tolle Überraschung für dich. Wir starten nämlich am kommenden Montag, den 18.09.2023, unsere Glutenfrei-Challenge. Hier begleiten mein Team und ich dich sieben Tage lang dabei, Gluten aus deinem Leben zu verbannen und nachhaltig glutenfrei zu bleiben. Und das alles kostenlos. Sei dabei, den Link zur Challenge findest du in den Shownotes. Jetzt geht's aber los. Viel Freude mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zum TH-Podcast, dem Podcast für Hashimoto, ganzheitliche Medizin und wirkungsvolle Mentaltechniken. Ich bin dein Host Dorothea Leinung. Als erfahrene ganzheitliche Ärztin, Hashimoto-Spezialistin und Jäger-Code-Expertin zeige ich dir, wie du mit Schilddrüsenerkrankungen wie dem Hashimoto besser leben und ihn sogar hinter dir lassen kannst. Und wie dir der Jäger-Code dabei hilft, auch tiefsitzende Limitationen für immer loszulassen. Hör rein! Wir kommen zurück und schön, dass du da bist. Wenn du nicht bei Hashimoto auf deine Heilungsreise begibst, hörst du von allen Seiten, dass du auf Gluten verzichten solltest. Aber nicht allen ist klar, was Gluten eigentlich ist. Deshalb hier einmal kurz zur Erläuterung. Gluten ist auch bekannt als Klebereiweiß, eine Mischung aus verschiedenen Getreideproteinen. Die beiden Hauptproteine im Gluten sind Glutenin und Gliadin. Glutenin ist für die meisten negativen Gesundheitsaspekte verantwortlich. Und unser moderner Zuchtweizen enthält dabei besonders zwei spezifische Formen, nämlich Glia-Alpha-9 und Glia-Alpha-20, die auch zu den Glutenreaktionen beitragen. Diese werden von den Gluten-sensitive Immunzellen, den T-Zellen des Körpers erkannt und als Eindringling eingestuft und tragen so zur immunvermittelten Glutenreaktion bei. Dieses Klebereiweiß sorgt übrigens bei der Brotzubereitung dafür, dass Mehl, wenn du es mit Wasser vermischst, eine so schöne teigige Konsistenz entwickelt. Nur damit du auch mal gehörst, wozu das Zeug überhaupt im praktischen Alltag gut ist. Es sorgt aber leider eben auch dafür, dass tierische Organismen, und dazu gehören im Übrigen nicht nur wir Menschen, erhebliche gesundheitliche Probleme bekommen können, wenn sie es konsumieren. Glutenhaltige Getreidesorten sind hier zum Beispiel Weizen, Roggen, Gerste und Dinkel. Nicht betroffen sind dagegen Getreidearten wie Hirse, Teff, Reis, Mais oder Pseudogetreide wie Quinoa, Amaranth und Buchweizen. Und das ist schon die erste gute Nachricht, denn wie du siehst, gibt es eine ganze Reihe glutenfreier Getreidearten, die du bedenkenlos essen kannst, wenn du dich glutenfrei ernähren möchtest. Es ist also nicht so, dass du dann nur Eiswürfel lutschen darfst, wenn du auf Glutzen verzichten willst. Die Antikörper gegen Gliadin, by the way, werden übrigens labortechnisch auch zur Diagnose von Zöliakie verwendet. Zöliakie ist die einzige völlig unumstrittene und von der Schulmedizin unumschränkt akzeptierte Glutenunverträglichkeit, von der ca. 1% der Menschen betroffen sind. Bei der Zöliakie kommt es bei jedem Verzehr von Gluten zu einem Autoimmunangriff auf den Darm. Zöliakie-Betroffene müssen sich sowohl in ihrer Ernährung als auch in ihrer Lebensweise absolut glutenfrei verhalten, da sie sonst erhebliche gesundheitsgefährdende Symptome entwickeln. Bei Zöliakie-Betroffenen löst nämlich der Kontakt mit Gluten die Freisetzung von Zonulin aus, einem chemischen Stoff, der den Zellverbindungen der Darmwand signalisiert, sich zu öffnen. Dadurch entsteht eine Durchlässigkeit des Darms, auch bekannt als Leaky Gut, durch die dann Toxine, Fremdeiweiße oder teilweise auch verdauerte Nahrungspartikel und Mikroben in den Blutkreislauf gelangen können. Das ist natürlich nicht so doll, denn das körpereigene Immunsystem fängt dann direkt an, diese Eindringlinge zu bekämpfen. Und das macht dann eine systemische Entzündungsreaktion, die zu Schäden in den verschiedensten Organsystemen führt. Jedes Mal, wenn jemand mit Zöliakie Gluten zu sich nimmt, wird sein Immunsystem dann erneut aktiviert, was dann verständlicherweise zu einer Vielzahl von Symptomen führt. Interessanterweise ist die Zöliakie jedoch nicht das einzige Krankheitsbild, bei dem Gluten zu Problemen führt, denn es hat sich leider gezeigt, dass Gluten auch bei vielen anderen Menschen zu negativen Symptomen führen kann, obwohl bei ihnen zum Beispiel weder Zöliakie noch irgendeine Form der Glutenallergie nachgewiesen wurde. Und um das besser zu verstehen, ist es hier wichtig, dass man verschiedene Immunreaktionsprozesse unterscheidet. In diesem Zusammenhang sind die IgA- und IgG-Immunprozesse von besonderer Bedeutung. Die Reaktion bei Zöliakie Betroffenen wird beispielsweise durch den IgA-Zweig des Immunsystems vermittelt und führt im Verlauf zu einer Schädigung des Darms, bei der letztlich die Zotten, also diese zarten, haarähnlichen Fortsätze, die den Darm auskleiden und über die ein wichtiger Teil der Nährstoffaufnahme läuft, zerstört werden. Diese Zottenzerstörung führt dann zu einer verschlechterten Aufnahme von Nährstoffen sowie zu Symptomen wie Müdigkeit, Gedeihstörungen, Blutarmut, Knochenschwund, Verdauungsproblemen und anderen Autoimmunerkrankungen. Wenn du Hashimoto hast, dann kommen dir vielleicht einige dieser Symptome bekannt vor. Neben der Zöliakie gibt es aber eben auch noch die Glutensensitivität, die nicht wie die Zöliakie-IgA vermittelt auftritt. Sie nimmt also einen ganz anderen Reaktionsweg. Folglich ist hier auch keine Zöliakie-IgA-Antikörperaktivität im Labor messbar. Die ausgeprägten Darmwandschädigungen zeigen sich hier ebenfalls nicht in dem Maße. Jedoch wissen wir inzwischen, dass es hier viele Zusammenhänge zwischen Schilddrüsenerkrankungen und Glutenempfindlichkeiten gibt. So ergab beispielsweise eine 2002 im European Journal of Endocrinology veröffentlichte Studie, dass 43% der Hashimoto-Patienten eine aktivierte T-Zellen-Immunität der Schleimhäute aufwiesen, die in der Regel eigentlich nur mit einer Glutensensitivität korreliert ist. Obwohl es inzwischen viele Forschungsergebnisse gibt, die diese Fakten unterstützen und die klinische Erfahrung dies ebenfalls bestätigt, wird es von der Schulmedizin leider immer noch als umstritten angesehen. Angesichts der Studienlage ist es grundsätzlich auch zu verstehen. Es gibt im Bereich der Glutensensitivität noch zu wenige positive, dreiarmige, doppelverblendete, placebo-kontrollierte Studien, die die Nachteile des Glutenkonsums hinreichend untermauern. Das könnte aber vielleicht auch daran liegen, dass das Interesse von Nahrungsmittelindustrie und Pharma hier relativ begrenzt ist, solche Studien durchzuführen. Und machen wir uns nichts vor. Solche aufwendigen Studien kosten einen Haufen Geld. Und wer glaubt, dass hier jemand eine groß angelegte Studie ohne entsprechendes monetäres Interesse durchführen würde, ist in meinen Augen mehr als naiv. Die gute Nachricht ist aber, dass es inzwischen genügend Case-Reports und Erfahrungsberichte gibt. Und ja, auch das sind Studien, sogenannte Beobachtungsstudien, die die positiven Auswirkungen eines glutenfreien Lebens untermauern. Meines Erachtens ist dieser Bereich der Studien ohnehin etwas, was speziell in der deutschen Studienlandschaft viel zu wenig Beachtung findet. Denn das wahre Real-Life-Setting ist keine Studie mit tausenden von Ausschlusskriterien und einem künstlichen Studiendesign, sondern Berichte über echte Menschen ohne Filter, die unter realen Bedingungen ihre Erfahrungen gemacht haben. Und das ist genau das, womit wir Ärzte und Ärztinnen in der Praxis arbeiten. Deshalb an dieser Stelle ein Plädoyer an alle Studienhörigen da draußen. Designte Studien sind kein Real-Life-Setting. Und aus meiner Arbeit mit inzwischen über 25.000 Patienten weiß ich, dass Glutenverzicht gerade Menschen mit Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto außerordentlich gut tut. Ich erlebe hier wirklich zu 100% Verbesserung in den Bereichen Energie, Konzentration, Verdauung, Schlaf, Gewicht und Depression. Und deshalb empfehle ich auch jedem Hashimoto-betroffenen Menschen, Gluten wegzulassen. Selbst wenn die Labortestung diesbezüglich unauffällig ausgefallen ist. Aber das habe ich ja gerade schon erläutert, nur weil du keine im Labor nachgewiesene Allergie oder Unverträglichkeit hast, heißt das nicht, dass du Gluten trotzdem gut abkannst. Ganz im Gegenteil. Hier hilft tatsächlich nur die Eliminationsdiät, was wir zum Beispiel im Hashimoto-Programm, das bald wieder seine Tore öffnet, sehr intensiv und systematisch tun. Nur in der Elimination, sofern sie richtig durchgeführt wird, siehst du wirklich, was dir gut tut und was nicht. Auf Labortests kannst du dich leider nicht verlassen. Und mal ehrlich, selbst wenn du dem glutenfreien Thema gegenüber kritisch eingestellt bist, probier es doch einfach mal aus. Wenn du nach ein paar Wochen überhaupt gar keinen Unterschied merken solltest, bitte, dann konsumiere es halt wieder. Aber probieren kann man es ja mal. Tut nicht weh und schadet nicht. Ganz im Gegenteil. Aber glücklicherweise ist es ja nicht so, dass wir so gar keine Studien hätten, die dies nicht auch belegen würden, dass Glutenfreiheit einem guttun kann. Hier sei zum Beispiel zum einen die Studie im Nutritional Neuroscience erwähnt, die ergab, dass Menschen mit Zöliakie, die kein Gluten verdauen können, zum Beispiel deutlich niedrigere Werte der Gehirnchemikalie N-Acythylaspartat aufwiesen als gesunde Kontrollpersonen. Und dieses N-Acythylaspartat oder kurz NAA ist ein Marker für die Unversehrtheit und Funktionen von Nervenzellen. Niedrigere NAA-Werte werden mit einer Reihe von neurologischen Erkrankungen in Verbindung gebracht, darunter Alzheimer, Multiple Sklerose und die Parkinson'sche Krankheit. Die Forscher stellten die Hypothese auf, dass die glutenbedingte Entzündung, die bei Zöliakie auftritt, für die niedrigeren NAA-Werte verantwortlich sein könnten. Eine andere Studie aus der Fachzeitschrift Brain Behavior and Immunity ergab, dass eine glutenfreie Diät bei Menschen mit nicht-zöliakischer Gluten-Sensitivität zu einer Verbesserung der Stimmung und der kognitiven Funktionen führte. Die Forscherinnen und Forscher vermuten, dass die exorphinenähnlichen Wirkungen von Gluten für die kognitiven und stimmungsbezogenen Symptome verantwortlich sein könnten, die bei dieser Bevölkerungsgruppe auftreten. Das erklärt zum Beispiel sehr schön, warum Glutenverzicht zu einer Reduktion des Brain Forks führt und dir wieder mehr Energie schenkt, so wie ich es bei meinen Mentees beobachte, die sich für eine glutenfreie Lebensweise entschieden haben. Und damit wären wir dann auch noch bei einem anderen Thema angekommen, nämlich, warum es für manche so schwer ist, sich glutenfrei zu ernähren. Denn das ist in der Tat etwas, was ich bei meinen Mentees oder auch den Teilnehmenden des Hashimoto-Programms immer wieder feststelle und was wir beispielsweise mit Hilfe bestimmter Mentaltechniken sofort in den Griff bekommen. Denn Gluten hat ganz offensichtlich Auswirkungen auf unser Gehirn. Wie das? Tja, also wie ich vorhin schon sagte, setze ich Gluten ja aus zwei Hauptproteinen zusammen. Da hätten wir einmal das Gliadin und das Glutenin. Und das Gliadin kann im Darm tatsächlich Exorphine produzieren, die dann in den Blutkreislauf gelangen und die Blut-Hirn-Schranke überwinden können. Im Gehirn können sich diese Exorphine an Opioid-Rezeptoren binden und dann ähnliche Wirkungen wie Opioide, also wie zum Beispiel Morphinen oder Heroin hervorrufen. Und bam, da hast du dann deinen Suchtfaktor. Zugegeben, Exorphine sind zwar nicht so stark wie Opioide oder Heroin und Co., aber sie haben natürlich dennoch ein nicht zu unterschätzendes Suchtpotenzial. Was viele meiner Mentees bestätigen können, die ihre Ernährung auf Hashimoto gerecht umstellen. Denn es kann dir durchaus passieren, dass du beim Verzicht auf Gluten die ersten Tage so richtig schlechte Laune kriegst. Und das liegt nicht allein am Frust, dass auch der dritte Bäcker in deinem Viertel keine glutenfreien Brötchen hat, sondern daran, dass deine Sucht nicht befriedigt wird. Bei manchen ist es ein regelrechter Entzug mit Unruhe, Zittrigkeit und zum Teil sogar körperlichen Schmerzen. Ohne Witz. Glaubt man erstmal gar nicht, ich weiß. Aber kann ich bestätigen. Also ich habe das tatsächlich sehr, sehr oft bei meinen Mentees erlebt. Und man sollte das auch einfach im Hinterkopf behalten, weil viele nämlich diese körperlichen Erscheinungen mit diesem Glutenentzug gar nicht in Verbindung bringen. Aber schau da gerne mal hin, insbesondere dann, wenn du an unserer glutenfreie Challenge in der kommenden Woche teilnimmst. Dort begleiten wir dich nämlich sieben Tage lang, Schritt für Schritt, auf deiner Reise in die hundertprozentige Glutenfreiheit. Und da beleuchten wir das Thema Gluten nicht nur genauer, sondern geben dir auch konkrete Tipps, Tricks und leckere glutenfreie Rezepte an die Hand, die sonst nur die Teilnehmenden unseres Hashi-Motion-Programms bekommen. Damit du nach diesen sieben Tagen garantiert glutenfrei bist. Deshalb melde dich jetzt unbedingt noch an, damit du in der kommenden Woche mit dabei bist. Das ist eine einmalige Gelegenheit, die so schnell nicht wiederkommt und die obendrein 100% kostenlos ist. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Und über diesen Link hast du dann auch Zugriff auf das kostenlose Workbook und alle Zoom-Termine. Wir treffen uns nämlich auch live. Wir freuen uns auf dich. Ich hoffe, dass dir die heutige Folge zum Gluten einen kleinen Einblick geben konnte, warum es dir gerade bei Autoimmunerkrankung besonders gut tun kann, auf Gluten zu verzichten. Und vielleicht hast du ja Lust, das noch weiter zu vertiefen und dir auch bei anderen Themen rund um Hashimoto professionelle Unterstützung zu holen. Das sage ich deshalb, weil in wenigen Tagen das Hashimoto-Programm öffnet, aber nur für sieben Tage und dann erst wieder nächstes Jahr im Frühjahr verfügbar ist. Sei deshalb diesmal dabei, wenn du es beim letzten Mal verpasst hast. Und lass auch du, wie bereits viele Mentees vor dir deinen Hashimoto mit unserer Hilfe hinter dir. Wir freuen uns auf dich. Den Link zur unverbindlichen Warteliste findest du in den Shownotes. Hab noch einen fantastischen Tag, wo auch immer du gerade bist und vergiss nicht, du bist göttlich. Deine Doro Begrüßung. 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 Vielen Dank.